Und dies freuen wir uns von einem ehemaligen Schilder und von einem anderen Thema, die wir einfach gesagt haben, dass es ein schönes Tag ist, eine kleine Region hier ist. Jawohl, die Frau Olle, ein ganz heißer Typ auf dem ganz vorderen Platz. Ja, die Stadt Nummer 23, die Friends of the Day, so wie im Rappel den Bus. Das ist also die Jugend vom vorhergehenden Auto, wie ein Winnie-Pooh. Vielleicht so wird es mit dabei, bereits zum achten Mal die Juni-Einkoppe von der Frau Lüge. Wunderschön gespielt. Und die Junge LVB, auch schon zum 13. Mal mit dabei, mit dem Logo von der Bundeskanzlerin und das ist gesamte Tauente. Ist schon deutlich. Das ist die Null Nahrung für die Übersetzung. Vielen Dank.